Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Hannibal. Ja, lang lang ist es her mit Lego Star Wars 3, aber nun geht es endlich weiter. Diesmal ohne Gast. Der tote Mond von Anza. Der Schatten der Malevolence. Ah ja, die Malevolence. General Grievous. Kapitel 2. Der Schatten der Malevolence. Anakin Skywalker glaubt, dass General Grievous das kalde Mad Center mit seinem scheinbar unbezwingbaren Schiff Malevolence angreifen wird und plant einen gewaltigen Überfall. Begleitet von Meister Plo Kuhn. In seinem Jedi Sternjäger führt Anakin die Schattenstaffel und ihre Y-Flan-Flügel in einer kühnen Mission an. Das Kriegsschiff der Separatisten muss ausgeschaltet werden, bevor es seine zerstörerische Ion-Kanone auf das Mad Center richten kann. Hallo, Malevolence. Weltraumschlacht? Weltraumschlacht! Midulai! Weltraumschlacht! 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 kohle, wir sind nicht Minecraft hehehe ja noch mehr oh my goodness bringt das money au you son of a bitch haha man geht das Teil auch irgendwann mal kaputt hmmm scheint irgendwie nicht so hmmm ich will den tausender da verdammt ah ha 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 ok ok machen wir einfach mal was wir machen sollen und landen hier und landen hier yeah get this ja man homing laser schwert ja mann homing laser schwert mhm gibt es nicht und hier mir will geheimnisse ha 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 kommen die immer wieder oder was ey gehen mir langsam auf den nerven dumme druiden scheinen aber echt ein endlos strom zu sein das geht nur als sith kaputt verdammt wer bin ich eigentlich ah ich bin dieser kottypi gib mir leben ah jetzt haben wir diese bälle und ich bin weg interessanter doppelsprung pirouette und schuss ja ouch ich mag diese homing bälle treffen immer genau ihr ziel äh ja jetzt muss ich irgendwie hoch 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 ah das wird er kann ich das kaputt machen hello mh nee kann ich nicht kaputt machen schade mh da ist er ja jene jene einfach mal im vorbeifliegen kaputt gamer you won't get me okay uuuuuhh das gab mal wieder moneten mh nein wir schön tausend Ich will das Geld haben Nein, ausgerechnet den Tausender nicht erwischt Uh, wir haben einen Schuh Schön, dass ich das auch schon erfahre Nee, darf man eh alles selber feststellen Yay, wir haben gerade das kaputt gemacht Wupi Aber erstmal will ich Mehr Moneten heißt, mehr Moneten heißt, mehr Moneten Und damit nicht in den Kommentaren geschrieben wird Der war geklaut Oh, ich freue mich, dass er auch noch in den Kommentaren kommt Ja, ich weiß, wie er es geklaut von Funk Royale Mehr Raketen heißt, mehr Raketen Hm, ich werde mal was gucken Get me down here Ich will wieder so Kugeln haben Weil da hinten habe ich was gesehen Ja, habe ich was gesehen Na Komm, mach hin Hier, links war einer Get this Oder Ach nee, hier muss ich später hin I see Nöse Oh Mist, ich muss da wieder hoch Moneten, Moneten Nein, sie sind weg Tadam Ah, Mist Dann wird das wohl nix mit Vara Jedi im ersten Anlauf Dammit Tante Ballerina Tante 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 Meine Herzen Ein Needle Mein's Tot Haha Viel Spaß mit einem Lichtschwert Hört doch auf hier zu spawnen Und fällt auf, mich abzuknallen Uh, da ist was Penunzen Das war aus Und ein Bud Spencer und Terns Hilfe Na, wo führt uns die Spur hin? Immer schön alles einsammeln Wir haben auch ein Level, wo es viele Kohlen gibt Und viele nervige Gegner Na, du willst noch nicht? Warum willst du nicht? Oder, ah Oder doch Wahrscheinlich willst du schon Nein, mein Geld See you later Booyah Lord of Destruction Oh, die ganze Tonne, die brauche ich Die Ruhe Na, immer noch nicht genug? Jetzt aber Und Schild weg Von unten nach oben Ist klar Oh, schon 110.000 Also hier Wäre ich Merken Wenn ich Geld brauche Dieses Level machen Yay Dann hier geht es Hier geht es Ja, ist genug Oh, yeah Yeah, you won't hit me. You won't hit Hannibal. Meine Kohlen, meine Kohlen, meine Kohlen. Oh mein Gott, wie viel Kohle, oh mein Gott, wie ich das Schiff zerlege, oh mein Gott, wie ich einfach nur ausraste und das Schiff zerlege. Ich einfach nur imba bin und das Schiff auseinandernehmen. Yay. Ich bin imba. Nein, die verschwinden zu schnell, ey. Unfair. Eigentlich will ich zuerst das hier vorne treffen, aber ist okay, wenn du lieber das da hinten anvisierst. Oh, da gibt's noch ein paar kleine Kohlen. Ja. Bilu wohl? Geht doch. Nein, Kohlen, meine Kohlen. Ah, jetzt muss ich da unten wieder hin. Ja, Dankeschön. Dankeschön, dass ihr mich so schön hin und her schickt. Dankeschön, dass ihr mich so schön in die Luft jagt. Hm, gibt's da was für das Dankeschön sagen könnt? Dankeschön, dass ihr mir aufs Nerven geht. Dankeschön. So, ich habe ja sonst nichts zu tun. Dankeschön. 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 Danke, denn ohne euch hätte ich nichts zu tun. Das war ironisch gemeint. Noch einer Oh, da waren es nur noch zwei Du hast überlebt, die Knight Hier muss ich irgendwann mal wieder kommen Aber, oh mein Gott Kann man hier Geld machen Kann ich das kaputt? Nö Warum kann ich hier nichts kaputt machen? Oh man, ich wollte gerade Überraschungsangriff machen Nein, ich wollte doch alle drei auch einmal kalt machen Ich wollte so einen schönen Attentat von hinten machen Sie ja Oder besser Lieber nicht Ich mag euch nämlich nicht Ja I get'n money I get'n kohlen Sonst noch was? Nö, nicht so wirklich Nicht so wirklich Außer das hier Na klar, den hat ein Tausender Den lässt du da, ist klar Jetzt will ich hier nochmal gucken Hier gibt's bestimmt auch noch was zum kaputt machen Einfach mal wieder rumfeuern Einfach mal wieder rumfeuern Wenn was da ist Trifft man's schon Ich bekomme hier wirklich für alles Kohle Selbst für den Abschluss von den Gegnern bekommt man hier Kohle Kohle, 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 Kohle Kohle, Kohle Will ich aber unten nochmal gucken Einmal nach unten BITTE Und die würde das Schiff gleich zerstören Oder? Ah, die Zerstörung mach ich noch in die Folge Mach ich noch in die Folge Na los, get down Wollt ihr nicht? Warum wollt ihr nicht down gehen, ey? Was sind die Sachen so stabil, ey? Unfair Na, wir hatten Äh, das war's jetzt mit der Mission Und Ich hab's nicht geschafft, war da je zu werden Naja Ja BAMS Ein Schuss und MEGA EXPLOSION Das nenne ich mal richtig viel Schaden machen BAM Typisch Anakin Naja Naja Knew it Flo-Kon Genau, so ist der Typ Naja Anakin Sacklos, ich konnte zwischen denen wechseln Verdammt! Warum hat mir das keiner gesagt? Ich wär viel lieber mit Anakin geflogen Oh, 86% Und das bei 164.000, ey Wie viel muss ich denn da einnehmen? 200.000 und mehr? Oh mein Gott Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Systemwechsel Aha Okay Yeah Whatever Auf jeden Fall Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, euer Hannibal